Es war alles meine Schuld. Ich habe den Tür und Tor geöffnet. Nur deshalb sind die Separatisten hier. Ich musste eine schwierige Entscheidung treffen. Entweder der Republik beizutreten oder der Konföderation. Beide sind korrupt. Aber ich musste mich für eine Seite entscheiden, bevor über mich entschieden worden wäre. Ich habe mich für keiner entschieden. Jetzt ist die Zeit gekommen, sich Onderon zurückzuholen. Unsere Bewegung wird stärker und sie hat die Rückendeckung der Jedi. Die Jedi!